Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Mehr als 5.500 Polizeikräfte schützen Demos am 1. Mai in Berlin. Über 5.500 Einsatzkräfte sichern Proteste am Maifeiertag in Berlin. In Berlin begleiteten über 5.500 Polizeibeamte die Kundgebungen und Protestmärsche am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die Hauptstadt ist bekannt für ihre traditionellen Demonstrationen, die jedes Jahr tausende von Menschen anziehen. Dieses Jahr wurde durch die Corona-Pandemie eine spezielle Note hinzugefügt. Der Tag begann friedlich mit mehreren friedlichen Protestmärschen und Kundgebungen, darunter das traditionelle revolutionäre 1. Mai-Fest. Im Laufe des Tages verwandelte sich die Szene jedoch stellenweise in ein chaotisches Szenario, als sich einige Demonstranten mit der Polizei anlegten. Trotz der großen Anzahl an eingesetzten Polizeikräften gab es Berichte über Ausschreitungen und Sachbeschädigungen. Einige Demonstrationszüge wurden aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gestoppt. Laut den Behörden handelte es sich dabei um einzelne Gruppen, die sich nicht an die Regeln hielten. Die Mehrheit der Demonstranten verhielt sich dagegen friedlich. Die konsequente Präsenz und das schnelle Eingreifen der Polizei war trotz der turbulenten Ereignisse spürbar. Es wurden zahlreiche Personen festgenommen und mehrere Beamte wurden verletzt. Der Einsatz von mehr als 5500 Polizeibeamten bei den diesjährigen Demonstrationen am 1. Mai unterstreicht die Bedeutung dieses Termins für die Berliner Polizei. Historisch gesehen hat dieser Tag immer wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten geführt. In diesem Jahr wurde durch die zusätzliche Herausforderung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen eine besonders hohe Anzahl von Polizeikräften benötigt. Berlins Innensenator Andreas Geisel lobte den Einsatz und die Arbeit der Polizei im Umgang mit den Demonstrationen. Er kritisierte jedoch auch diejenigen, die sich nicht an die Auflagen hielten und zu Gewalt griffen. Es ist bedauerlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die den 1. Mai als Vorwand für Gewalt und Zerstörung nutzen, sagte Geisel. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die überwiegende Mehrheit der Demonstranten friedlich protestierte und ihre Stimme zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Förderung sozialer Gerechtigkeit erhob. Der 1. Mai bleibt ein bedeutsamer Tag auf Berlins politischer Bühne. Und während die Polizei jedes Jahr bemüht ist, die Ordnung zu wahren, ist es auch ein Tag, der an die fortlaufenden Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und Arbeitsrechte erinnert. Author Anita Farke, Mittwoch, 1. Mai 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF, 2020